Ein bisschen mehr Willst du den Begrüßchen, Martin? Ah, warte. Was ist die Machen? Nein, das ist nicht nur zu tun. Warte, ich bin nicht kurz zu tun. Ich bin nicht kurz zu tun. Ich bin nicht mehr ausgespuckt. Der Name ist nicht nur von der Frau, der kann nicht mehr machen. Na ja, macht er jetzt. Gut. Kann man da sein? Bitte? Kann man da sein? Ja, den haben wir nicht. Das ist ja eh keiner da. Wir wissen ja, was dann. Na ja. Herzlich willkommen in Wien. Heute bin ich erst aus Pattenberg. Auf der Position 1, Patten-Beitler. Position 2, man ist Spence. Und der Stadenspieler Michael Kalicic. Bei der heute die ungewohnte Aufstellung. Auf einmal Martin Schuster. Zwei Jörg Hitler. Und unser Wartenspieler Stefan Zeitsch. Schuster zu heute, Pia Strauss. Und Bruno Strathin. Und Bruno Strathin. Und Bruno Strathin. Kürzer, Kürzer. Muss das wieder einig um den Glück. Patrick, ich habe es jetzt nicht über Wobock geschafft, sondern ich möchte jetzt meine, oder übrigens Martin Schuster eingeben, Wer wo? Egal, kannst du das aussuchen. Also die wird vortragen, dass Heitek-Fichter deinem Kollegen spielt. Was? Und der Schuss der Zeitspreis. Heifer, den Herr Fichter. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.